hallo und herzlich willkommen bei loreline.de. Mein Name ist Eggless. Wir machen den Erfolg Bossplitz eliminiert Viggen. Viggen ist ein Pirat. Der Pirat ist zwischen 8 und 10 Uhr, wenn ihr euren Kompass nicht rotieren lasst. Ich weiß, es gibt solche verrückten Menschen. Das heißt, hier in der Piratengegend ist der Pirat. Wie obvious. Und ich... Was gibt's zu sagen? Naja, er portet, er macht komische Felder wie das hier. Das sind so Kanonenschüsse. Und er ist sehr, sehr böse. Genau, wie jeder andere möchte er auch CC'ed werden. Das heißt, wir können ihm mehr Schaden machen. Das ist das, was wir wollen. Vorsicht, raus aus den Bombenfeldern. Äh, Kanonenfeldern. Und er hat eine Rauchbombe, wobei ich gerade nicht weiß, was die machen. Okay, raus aus dem Artilleriefeuer. Gott. Würden die Leute einfach mal ein bisschen gestackt bleiben bei dem Boss, dann würde er auch nicht so die ganze Zeit durch die Gegend rennen, wie so ein... Pferd von der Wespe gestochen. Ähm... So, jetzt kann man ihn wieder zu 10. Und... Ich bin mal gespannt, ob Viggen als erstes fällt. Ähm... Ich hoffe, er ist doch sehr. sed하나... Ich bin mal gesund. Ich bin mal gesund. Ich bin Genau, Blutung ist zum Beispiel jetzt fast auf 100 gewesen. Das seht ihr, also wenn hier eines dieser Debuffs, also Zustandsschaden an Ausrufe zeigen hat, dann ist Maximum an Stacks erreicht. Genau, geht hierbei am besten nicht drauf. Wenn ihr sterbt, macht ihr keinen Schaden. Ich weiß, voll simpel und so. Raus aus den... Feuerfeldern. So, wir haben es auch gleich geschafft. So, Bossplätze eliminiert. WG abgeschlossen, drei Erfolgspunkte auf euer Konto. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, Liken und Abonnieren. Nicht vergessen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.